Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Go! Und ich hoffe, dass es diesmal auch endlich funktioniert, denn heute soll wieder eine neue Glücks-Ei-Folge sein! Juhu! Und was ich auch vorhabe, ist mein kleines süßes Eboli zu entwickeln. Ich habe tausend Millionen mal nachgedacht, eigentlich wollte ich immer einen Aquana haben, aber ich habe mich so ein bisschen belesen und zwar soll Aquana ganz super sein von den Wettkampfpunkten her, aber die Angriffe sollen ein bisschen langsamer vonstatten gehen. Gut, Aquana kann zwar einiges einstecken, aber so als Allrounder wird dann doch, glaube ich, Flamara empfohlen. Also Blitzer hat jetzt von den Wettkampfpunkten am wenigsten und da dachte ich, naja, aber ich wollte nicht unbedingt einen Aquana, denn ihr seht es hier selber. Zum Beispiel hier bei dieser Arena. Hier, ein Aquana. Irgendwie hat gefühlt fast jeder ein Aquana in der Arena und ich wollte einfach nicht... bei... also ich wollte einfach nicht das Gleiche machen, irgendwie. Irgendwie sich abheben ist doch auch mal schön, oder? So, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werfen jetzt einfach mal... Ups, doch, das war richtig. Wir werfen das Glücksei ein. So. Und nachher habe ich auch vor, noch was zu testen. Oh, sind das... ist... glitzert das nicht schön. Ich finde das so schön. Man darf sich jetzt natürlich nicht verwechseln mit den Cullens, ist klar, aber okay. Das war jetzt ein schlechter Witz, denke ich, aber egal. Ich habe fleißig Pokémon Bonbons gesammelt. Und ich gucke mal, welche ich entwickeln kann. Also, Shiki kann ich sowieso nicht entwickeln, aber wir haben eine ganze Horde an Raupi, Hornliu, dann haben wir Taubsi... Radfratz, muss ich mal gucken, ob ich da noch was entwickeln kann. Und, ja, Mirapla entwickle ich heute auch, was auch toll wird, denn das wird ein neuer Pokédex-Eintrag. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Denn das kann jetzt ein bisschen dauern, ne? So, das Schöne am Entwickeln ist ja, man kann die Pokémon entwickeln und, ähm, ja, tja. Man kann es entwickeln und man braucht keinen Sternenstoff. Und wir haben ein wunderschönes Daffa. Wie ist das nicht hübsch? So, es ist kein neues Pokémon. Da ich das schon im Pokédex hatte, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich vielleicht... Hm, wir haben dieses Saftkorn. Aber ich glaube, wenn ich die ganzen Raupi jetzt nicht so wegschicke, reicht es trotzdem nicht für das Buch. Naja. Egal. Ich würde sagen, die Raupi lasse ich jetzt mal kurz ein bisschen außer Acht. Und wir widmen uns erstmal unserem wunderschönen Evoli. Denn, da gibt es ja diesen Trick, um eine Evoli-Entwicklung zu beeinflussen. Also, es gibt ja einige Theorien von den Attacken her bis zu dem Team, was man gewählt hat. Was beeinflussen könnte, wie eine Evolution von Evoli halt, beziehungsweise Evoli dann so sein kann. Und eine Methode hat sich ja ziemlich bewährt. Und die teste ich jetzt auch zum ersten Mal. Denn, ähm, möchte man ein Aquana bekommen, muss man das Pokémon Rainer nennen. Möchte man Blitze haben, dann muss man es Sparky nennen. Und, ähm, um ein Flammarer zu kriegen, muss man das Pokémon... Ups. Nicht Ü-O-Irgendwas nennen, sondern Pyro. So. Pyro. Nett, ne? Naja, und rein theoretisch müsste dadurch jetzt ein wunderschönes Flammarer entstehen. Und, ich tue es einfach mal. Ich hoffe. Ich hoffe, es klappt. Ich habe es noch nie selber ausprobiert. Ich wollte eigentlich Aquana, aber, naja, ich wollte was anderes haben. Und, es ist ein Flammarer. Ach, ist das nicht hübsch? Jetzt ist alles zu spät. Ein wunderschönes Flammarer ist draus geworden. Und, es ist gleichzeitig ein neuer Pokédex-Eintrag. Erfahrungspunkte! Und die WP können sich eigentlich auch ganz gut sehen lassen. Werde ich auch ein bisschen hochleveln, glaube ich. Und, das ist ein Taubsi. Und, wir haben sogar schon Level 16 erreicht. Juhu! Gut, wir haben ja das Gelüks Ei sowieso eingeworfen. Deshalb würde ich sagen, dass ich dieses Taubsi mal ganz kurz fange. Das wird jetzt wirklich so ein Erfahrungspunkte-Sammel-Part werden. Und, ich werde auch gucken, dass dieser Part, naja, quasi die ganze halbe Stunde fast füllt. Je nachdem. Oder fast. Ich muss mal gucken, wie ich dann mit dem Entwickeln weiterkomme. Na ja, Raupi. Wisst ihr was? Die Raupi lasse ich außen vor. Die werde ich mir aufheben und zum Professor schicken. Und, wir entwickeln jetzt einfach mal diese Hornlio weiter. Denn ich möchte wirklich ultra gerne noch irgendwann ein Smetbo haben. Und, ich denke, diesmal funktioniert es auch mit dem Aufnehmen. Das letzte Mal, als ich diese Völux-Eifelge aufgenommen hatte, ging ja einiges schief, wo ich dann dementsprechend reagieren musste und euch theoretisch nur erklären konnte, was nun passiert ist. Aber, sei es drum, neues Ei, neues Glück und, ja, es gibt Schlimmeres. Nachher werde ich auch testen. Ich gucke mal, wie weit wir dann sind nach den ganzen Evolutionen mit dem Glücksei. Ich habe gehört, Rauch soll zwar bloß in der Bewegung funktionieren, aber ich möchte es trotzdem nochmal testen, ob es vielleicht doch funktionieren kann. Wenn man zu Hause ist. Was ich zwar ausschließe, aber ich habe mir gedacht, naja gut, du hast dann sowieso ein Glücksei laufen, was hast du schon zu verlieren? Und im Inventar hatte ich ja sowieso noch einige Glücksrauch... Nein, einige Rauch... Pokémonrauchs. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und, ähm, da wollte ich es einfach mal testen, auch wenn ich das Ergebnis schon fast erahne. Okay, dann das nächste Horn, Liu bitte. Das ist ein wunderschönes Kokuna wieder werden wird. Und ich fange schon an zu stottern. Ich habe jetzt ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie viele Erfahrungspunkte ich schon gesammelt habe. Hm. Aber es dürfte eine ganze Menge sein, denke ich. Okay, jetzt haben wir nur noch 10 Horn, Liu Bonbons, das heißt nicht mehr genug. Und wir haben schon 4000 EP wieder. Also ich glaube, Level 17 ist heute bestimmt noch drin. Gut, Kokonas außer Acht lassen. Dann habe ich diese wunderschönen Taubsi. Und guckt euch mal diese Taubsi-Bomboks an, die ich gesammelt habe. Ich habe so viele Taubsi gefangen. Das glaubt ihr kaum. Und da sind schon einige sogar zum Professor gewandert. Das nächste Taubsi und es wird ein wunderschönes Tauboga. Ich finde es auch immer spannend zu sehen. Wow, okay, das lässt sich sehen. Ich werde es aber jetzt nicht als Tauboga, äh, Tauboss weiterentwickeln. Aber ich würde mal gerne hier so ein kleines Sternchen dran machen, dass ich dann irgendwann mal eines schönen Tages später dieses Tauboga noch in einen Tauboss verwandle. Weil die, äh, WP können sich da schon ein bisschen sehen lassen, finde ich. Und das ist wirklich unglaublich, wie schnell man mit einem Glücksi leveln kann. Ich meine, ich habe das schon im letzten Part damals gesagt, wo ich die Folge so ein bisschen verkackt habe. Ähm, aber es ist echt unglaublich. Es geht so schnell. Also Hornliu und Taubsi, die tauchen ja en masse auf. Und das Schöne an denen ist ja wirklich, dass man bloß zwölf Pokémon-Bonbons braucht. Und dann kann man dementsprechend das Pokémon schon entwickeln. Und ja, pro Entwicklung gibt es in Verbindung mit dem Glücksei tausend Erfahrungspunkte. Und das ist echt eine ganze Menge. Und noch mehr gibt es natürlich, wenn es dann ein neuer Pokédex-Eintrag wird. So. Oh, wir haben noch so viele Taubsi-Bonbons. Ich bin echt gespannt, ob wir diesmal die 30 Minuten jetzt voll ausschöpfen mit den Entwicklungen oder nicht. Und wenn ich merke, dass das Spiel vibriert, werde ich trotzdem dann mal, also beziehungsweise mal ein Spiel gucken, was es da so Schönes zu fangen gibt, weil man bekommt dann ja auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte mit oben drauf. Und 200 Erfahrungspunkte pro gefangenen Pokémon ist auch nicht wenig. Und da habe ich jetzt nicht mal den Spezialbonus reingerechnet, den es dann für großartige oder tolle Würfel gibt. Und das nächste Tauburger. Gut. Mal sehen. Vielleicht haben wir ja auch zu wenig Taubsi. Dann haben wir zu viele Bonbons und zu wenig Taubsi. Hm. Hätte ich mal ein paar mehr Vögel sammeln müssen. Aber gut. Sei es drum. Das nächste Tauburger. Okay. Wir haben noch viel Taubsi. Ich denke... 12, 24... Hm. Hm. Ich glaube, das reicht bloß für drei. Wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne. 12, 24, 26, 36 und das andere ist 48. Ja, es reicht bloß für drei. Beziehungsweise jetzt noch zwei. Dann bleibt dieses eine Taubsi eben über. Naja, ist ja nicht so schlimm. Huch. Doch, ich will entwickeln. Also das ist jetzt wirklich wieder eine ganze Menge an Erfahrungspunkten, die man bekommt. Das ist echt krass. So, noch ein Taubiger. Sie können in Vögeln baden. So. Da ist noch ein Taubsi. Das wird auch entwickelt. Und ja, ihr seht schon, es reicht wirklich bloß noch für das eine Taubsi. Dann sind wir mit dem Taubsi durch. Und ich gucke erst mal, was sich getan hat bei der Levelanzeige. Gut. So viele Taubiger. Guck erst mal. Wow. Okay. Also das waren 9.000. Das andere, also 13.000. Ungefähr haben wir schon. Die Hälfte vom Glücksi ist schon fast wieder oben. Gott, wie schnell die Zeit vergeht. Naja. Nichtsdestotrotz. Ich gucke mal bei den Redfrats. Und da können wir zumindest eins entwickeln. Das ist doch auch schon mal was. Ich meine, es sind Erfahrungspunkte. Und ich hätte mir vielleicht vorher aufschreiben sollen, bezüglich den Erfahrungspunkten, was da alles entwickelt wird. So. Und ja. Da haben wir dieses neue Radikal. Habitak habe ich, glaube ich, nicht genug Bonbons genau. Rettan ist geschlüpft, hat aber auch nicht so viele Bonbons. Nidoran. Ne, da fehlen noch welche. Da müsste ich noch ein weibliches Nidoran fangen, um es entwickeln zu können. Bei dem männlichen ist es noch mehr. Das Subot kann ich auch noch nicht entwickeln, aber definitiv können wir dieses Mirapla in Duflor entwickeln. Na dann. Und das Schöne ist, das wird auch wieder ein neuer Pokédex-Eintrag. Ach, ist das nicht schön. Oh ja. Und das sieht nett aus. Diese Speichelfeten. Boah. Das sieht so komisch aus. Oh mein Gott. Aber die Wettkampfpunkte sind eigentlich auch nicht so wenig. Paras kann ich noch nicht entwickeln. Okay. Blutzug, äh, nein. Blutzug auch nicht. Menki, Enton, auch nicht. Ne. Quapsel. Wie sieht es mit Quapsel aus? Ja, Quapsel kann ich entwickeln. Dann machen wir das doch. Latsch. Und los geht's. Also das ist heute wirklich eine totale Erfahrungspunkte-Sammelfolge. Und das wird ein neuer Eintrag im Pokédex. Juhu. Den Pokédex registriert. Yay. Wir haben ein wunderschönes Quapuzzi bekommen. Okay. Und Knopfhensa, kann ich dich entwickeln? Ja, sehr schön. Das dürfte allerdings jetzt kein weiterer neuer Pokédex-Eintrag sein, weil Ultrigaria hatte ich schon mal. Gefangen. Okay. Aber wenigstens eine Entwicklung. Und ich finde von den WP lässt sich das auch sehen. Kleinstein kann ich noch nicht entwickeln. Blackmon kann ich glaube ich auch noch nicht entwickeln. Jurob auch nicht. Leider. Ich finde ich finde diesen kleinen ich finde Jurob so süß. Naja. Blackmon kann ich nicht entwickeln. Nein. Schade. Austaus muss also noch ein bisschen warten. Bei den hier könnte ich entwickeln, aber ich spare für ein Gengar. Ups. Meine Eier. Ähm. Traumato. Nein. Krabbi. Ich glaube Krabbi kann ich entwickeln. Ja. Kann ich. Okay. Dann machen wir das doch einfach mal. Okay. Here we go goes. Ein wunderschönes Kingler. Ist das nicht zauberhaft? Das ist doch wunderwunderhübsch. Okay. Im Pokédex registriert. Okay. Wow. Wow. Okay. Okay. Das lässt sich auf jeden Fall mit den Wettkampspunkten sehen. Tragosso kann ich noch nicht entwickeln. Nein. Rehorn habe ich auch nicht genug Bonbon. Da fehlt noch eine ganze Stange. Ha. Tja. Knapp daneben ist auch vorbei. Goldini kann ich nicht entwickeln. Nein. Ich gucke jetzt bloß nochmal durch, was ich schönes so entwickeln könnte. Ähm. Und Sichlor. Na. Haha. Klar. Denk wieder. Sichlor hat ja gar keine Entwicklung. Kapador. Reden wir nicht drüber. Da bin ich noch ziemlich weit entfernt. Und unser wunderschönes Paru haben wir ja. Vielleicht noch einen schönen Spitznamen dazu. Flame. Flame. Little. 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 Little flame. Klingt doch schön, oder? Uh. Nein. Nicht Lotte. Little. Little flame. So. Okay. Sieht doch ganz cool aus. Und was hat das eigentlich für Attacken? Glut und Flammenwurf. Und ein Power-Up können wir jetzt unserem Flammarer schon mal gönnen. So. Es lässt sich sehen. Ja, du bist cool. Finde ich auch. Okay. 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 Level 17 haben wir jetzt auch geschafft. Das freut mich natürlich ungemein. 8000 Erfahrungspunkte. Das heißt, im Klartext 21k haben wir definitiv. Und das Ei läuft noch ungefähr 10 Minuten. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob es was bringt oder nicht. Ich denke eher nicht. Aber wir haben ja genug Rauch. Deshalb würde ich es einfach mal testen, ob es doch vielleicht was bringt. und Pokémon Unlocked. Aber ich glaube es schon fast nicht. Hm. Wie gesagt, ich möchte ja... Oh. Okay. Anscheinend funktioniert es ja doch. Gut. Dann fangen wir einfach mal das Taubsi. Oder auch nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Ich meine, mit dem Werfen habe ich es ja jetzt ein bisschen raus. Aber ach, okay. Es wollte also doch ein Puggeball bleiben. Gut. Dann haben wir... Dann können wir das hier eigentlich auch entwickeln gleich. Lustigerweise. Habe ich gerade gesehen und so festgelegt. Okay. Als Belohnung wird dieses Taubsi einfach mal noch schnell entwickelt, um ein paar Erfahrungspunkte mehr noch abzustauben. Okay. Hat auch ganz gut geklappt. Und jetzt... Und jetzt... Ja, doch. Das lässt sich auch sehen, denke ich mal. Auf jeden Fall... Ein bisschen sind wir schon wieder vorangekommen. Finde ich cool. Und ich finde das irgendwie so schön, dieses Glitzern, was ein Glücksei da so verursacht. Der Rauch sieht natürlich auch cool aus. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ist der Rauch eigentlich immer rosa? Oder ist das, weil ich ein Mädchen ausgewählt habe? Gute Frage. Nächste Frage, bitte. Na ja, aber nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz, ich würde an dieser Stelle schon... Also das Ei läuft zwar jetzt noch 10 Minuten ungefähr, aber ich würde sagen, dass ich die 10 Minuten dann einfach ein bisschen vorspule, damit es euch nicht zu langweilig wird. Ich meine 10 Minuten und ich halte Dauermonolog und am Ende kommt vielleicht kein Pokémon. Ich werde euch 10 Minuten natürlich vorspulen, sodass ihr nichts verpasst. Also sollte ich doch irgendwas Cooles fangen, werdet ihr das dennoch definitiv mitkriegen in dieser Folge. Und ja, ich möchte mich jetzt schon dafür bedanken, dass ihr reingeschaltet habt. Ihr könnt gerne mal einen kleinen Kommentar da lassen. Also mich würde auch mal interessieren, was eure Lieblings-Evolution ist von Evoli. Also ob ihr Flammara, Aquana oder Blitzer bevorzugt. Zumindest bei Pokémon Go. Ansonsten würde mich auch nochmal interessieren, was ihr generell für eine Evoli-Entwicklung am liebsten habt. Weil es ja dann in Verbindung bis zur sechsten Generation dann doch schon einige weitere Entwicklungen gibt. Wie jetzt zum Beispiel Siana oder Glaciola oder Folipurba. Und ihr wisst, was ich meine. Wie dem auch sei, danke fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Wie gesagt, ich werde es jetzt ein bisschen schneller laufen lassen. Und ja, ich hoffe, wir sehen oder hören uns im nächsten Part wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.